Dann gehen wir dann. So. Nice. Entschuldigung. Alle blauen Laserschwerden kommen einfach. Komm einfach ich mit meinem Armbar aus. Blauen Laserschwerden. Oh, tödliche Combo. Oh, da hat einer gedacht, jetzt nehmen wir einmal den Tipp. Ist das unsere Grundaufstellung? Ja. Der Niño ist vorher schon der Index. Der Welt, der grossen Tempel und des noch grösseren Chaos. Oh fuck, ich bin ja jetzt der Annikin. Ich muss das zuerst mal ein wenig verwirren. In der stillen Schönheit des Waldes aufeinander losgehen. Oh fuck. Alter, jetzt spielen wir zum ersten Mal gegen den Geheilen. Das ist gerade verwirrt. Und gegen den Imps. Oh ja, der Imps. Boah. Ich habe nichts. Hinter dir. Ich fliege doch nicht mehr weg, wo ich muss. Ja, und... Yes. Ey, der verdammt sich da oben, oder? Ich stösse ihn direkt so auf. Der Bobo? Ja, ja. Der ist ein... ...Benev-Charakter, ja. Bobo ist der grösste Nerv-Charakter in dem Impi. Der Raid. Oh, die Phasma wird auch nerven kommen. Ich bin einfach nicht... Läuf mal nach hinten, irgendwie los. What? Die Bobo ist weg. Oh, die Phasma könnte ich wegholen mit der Macht. Oh nein, fuck, ich komme nicht so weit. Aber reich. Ja, dann kannst du ihn wegschrauben. Nein, ich habe sie nicht reich. Fuck. Wollt ihr euch wirklich einwirken, Meister? Oh, das... Nein! Die Bobo hat sich gehört. Ah, fuck. Ah, fuck. Machen wir anderes Zeug Sinn. Mhm. Du gehörst ihn nicht. Du gehörst ihn nicht. Du gehörst ihn nicht. Ey, die Scheisse fassen wir rum. Der macht Schaden wie Sau. Ja, sie hat einen starken Blaster, aber das ist auch schon alles eigentlich, was sie hat. Ja, okay. Wir müssen sie einfach aus dem Kreis da locken, wo der Droide ist. Ich habe sie versucht, aus den Schiss. Ja, ich habe sie jetzt zu mir herangezogen. Ja, ich habe sie. Ihr seid nicht besser als diese Cup-Gang-Jäger. Oh Gott. Oh, ich mache da gerade eins gegen Eis. Äh, Eisbeckweil. Das Lenigabhörs hat ihn übernimmt wie Führung. Warte, ich komme... Ich meinte, du das Gründe... Ach, na. Wer hat ihn zu mir herangezogen? Ja, ich. Entschuldigung. Ich komme gerade eins zu bitte, oder zu mir? Ich habe das Problem mit dem Anakin-Kanon ziehen. Ey, der Scheisse-Boba. Jep. Er kann auch stehen da, oder? Ich habe das wirklich nicht durchdacht. So, sie können keine Fähigkeiten nutzen, gerade. Aaaaah. Ich habe es geholed. Ja, der Imp ist auch gerade geholed. Ach, der Dolph Moll kommt halt immer von hinten auf mich. Da kann ich nichts machen. Ersteckte... Schau, das ist so der Hass-Feind von Chewie irgendwie. Ja, er kann mir halt die ganze Zeit hinten nach springen. Bei jedem anderen kann ich auch aufhauen. Nur für ihn nicht. Nice. Achtung hinter dir. Der Inki. Ich habe es gerade abgesehen auf den Oba. Der geht jetzt nämlich dann das Strat-Pack weg. Er kommt halt verdammt weit. Jaaa. Jaaa. Aufdoppelkðracht. Aufdoppelkðracht. Du putzt ihm racht. Der Scheissbobacht. Mh... Achtung! Mal schlicht zu wieder! Ja, nein! Ich weiss nicht, wer wegkommt. Aber dann kommt der Vader und... ...wirkt mich. Oh, ich kann... Ah, fuck! Ich dachte, ich hätte einen Arsch. Schimmel oder 12-12? 12-21. So spannend, ey. Mhm. Mh... Nein, du bleibst schön da, du blöde Chat-Pack-Fuck. Ah, jetzt kommt der... Ah, fuck. Von hinten. Wo hast du den Chat-Pack-Fuck ziehen? Fuck, jetzt habe ich zu lange gepackt. 21-21. Jetzt habe ich das Gefühl, das Match geht schon verdammt. Jeder, der mich auch nicht ziehen kann, ist einfach ein Wichser. Ach... Ähm... Ich stehe halt aber auch die ganze Zeit alleine. Geh Achtung, der Boba-Fett von hinten. Nein, von hinten kommt der Dach-Molk. Nein! Ja! Alter, jetzt hat mich ernst auf den Boba abgeschossen. Jetzt haben sie gerade die Türen. Ach ja, ich komme nicht weg. Oder? Oh mein Gott, ich komme ja weg. Bin ich da weggekommen? Bist du mit dem Sprint jetzt? Ja, nein. Ich habe den Sprint ausvisiert. Doppeltdruck. Ah. Er hat es dann gerade wieder ausgeheißt. Ich lebe... EIN! 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 Du hast es mit drei aufgenommen, weil der Boba-Fett auch noch auf dich geschossen hat. Ah ja, der hat auch noch geschossen. Ah Mann, beide mega low. Schade. Ich bleibe jetzt gerade drin. So, ich habe mich für den Kylo entschieden, um zu schlagen. Und dann hat halt der Impinopilz gehabt. Also etwa die erste Impinopilz schon. Wir haben hier ein Problem. Habe ich etwas verpasst? Ganz möglich ist, ja. Wir haben jetzt den Safe gehabt von hinten. Im Eis und Geiss geht es super gut gegen dich. Aber... Führ. Ich habe den Boba ignoriert jetzt einfach. Ah, ich habe gerade zwei so low gebracht. Aber nachher ist noch der dritte gekommen. Ja. Ja, die müssen irgendwie zu mir kommen. Ich habe etwas nicht... Ja, sorry. Ja, ja, jetzt. Jetzt haben wir es. Ich komme zu dir wieder. Nein! Der Kylo kann so gut abgehen. Ich glaube, ich muss mal den Yoda wieder. Der Kylo ist super low. Ja, ich weiss. Ich weiss. Nicht zu fangen. Du versuchst es. Ich weiss. Chassi. Yeah. Bim. Boba tot? Ja. Ja. Ach, ich weiss. Mit dem Gnom kannst du dich halt schon gut anstehen. Nein, das ist mal von hinten. Mal von hinten. Mal von hinten. Ich sehe da mit dem Wookie. Da drin ist. Oh, warte. Nein, nein. Nicht ihr. Bleibt da raus. Nein. Ich sehe da raus. Ich sehe da raus. Ich sehe da raus. Hey, warum bin ich jetzt stehengebleiben? Das ist meine Zeit nicht weg. Lass mich arbeiten. Jetzt sind wir gerade hart am Hinscheissen. Ah, fuck. Das ist gar nicht gut. Gut, ich kann es minden. Hobi, bildet euren Trupp hinter mir. Ah, jetzt verwirre ich alle. Das lag schuft. Der Ding kommt von hinten, der Bubba. Ja, ich habe den Impi noch geholt. Nein! Hey, wir werden zuerst machen. Hör auf, meine Freunde zu attackieren. Verdammt, low. Alter, mit der Ray. Doch, noch gut. Oh, fuck. Der ist Blitzen. Ja, nice. Achtung! Ja. Oben drauf. Alter, mich holt gerade wieder auf. Oben drauf ist einer. Ja. Der Buchhilfe, der Mord. Nein! Was? Oh Gott. Wir sind beide verstorben. Ja, wir haben es. Oh mein Gott. Nimm dich. Oh, jetzt bin ich schon weiter weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin jetzt noch ein paar Sekunden zu euch. Ich gehe nicht zu... Oh nein, 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 nein. Verlebt dich. Lohnt sich. Nein, der Bubba hat mich gemacht. Schade. Wo ist das? Was soll ich zu euch kommen? Äh, Scheisshack, du müsstest... Sch... Ich bin wieder hinten weg. Komm weg 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 weg. Ja. Schade. Scheiss ihm. Mech die Scheiss Fass mal he! Ruhme. Guck mal. Der war echt zum wichsen. Warte ich kann sie jetzt... Oh nein 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 nein! Ich fasse mal die 10-ünste vom Ecken schiesse zu ihm. Man ist gross. Nein. Ja, Glück ist er angezeigt. War endlich nicht so. Ja, ich auch noch. Dann kommen wir einfach zu mir rüber. Dann müssen wir mit der Pasma kämpfen. Ja. Jetzt haben wir niemanden, der sich hinziehen kann. Nein. Egal. Heutzutage. Warte, kommt da einer. Komm wieder zurück. Oh Gott. Was heisst der? Ich brauche hinter dir, Obi-Wan. Nein. Ja, jetzt hätte ich keine Chance. Ja, jetzt hat's. Ah. Fuck. Jetzt hat sie keine Lust mehr auf mich. Jetzt hat sie mich in... Ah, Mann. Oh Gott. Geiles Match. Ja, man ist mir so knapp geworden am Schluss. Wir sind einfach viel zu lange bei der Pasma gestanden. Mhm. Jungs, aber ich glaube, ich ziehe uns langsam. Ähm, ja. Ja. Das ist echt eine schöne Idee. Aber ich bin nice. Ich schlaufe, wenn du geschaffen bist. Ja, ich schlaufe mal los. Du auch? Ja.